So, meine Lieben, wir kochen heute Quinoa mit Spargel, mit frischen Spargel und zwar von meinem Liegen, meinem Freund, dem Spargeliebler Sepp Bruttner, den habe ich auch gestern geholt. Und jetzt haben wir das Wasser schon heiß, das werden wir abdrehen, das darf nicht kochen. Hier werden wir dann die Zwiebel anschwitzen. Und ganz wichtig ist, was kochen, du musst immer Schokolade bringen. Wenn das dann soweit ist, schauen wir, dass wir das dann in Kombination machen. Meine Lieben, ich freue mich und Prost! So, also, lass es euch schmecken, gesund ist es und dabei passt auch hervorragend dazu. Gelbe Muskatella 2019.